Ja, wir wird heute 60 Jahre, doch sie hält noch immer mit, hält sich mit viel Sport ganz fit. Camping macht sie gerne, ganz nah und in der Ferne. Ihren Geburtstag werden wir nicht vergessen, denn wir sind eingeladen zum Trinken und auch Essen. Camping macht sie gerne, ganz nah und in der Ferne. Ihren Geburtstag werden wir nicht vergessen, denn wir sind eingeladen zum Trinken und auch Essen. Vielen Dank.